Halleluja, gloria a Dio! Der König der Könige kommt bald wieder! Das Evangelium ist die Wahrheit! Die Bibel ist die Wahrheit! Jesus ist der einzige Weg! Repent in Deutschland! Der König der Könige kommt bald wieder! Der Sohn Gottes kommt bald wieder! Der Messias kommt bald wieder! Halleluja! Repent in Deutschland! Repent of your sins! Jesus ist gestorben am Kreuz für dich! Öffne dein Herz für das Wort Gottes! Halleluja! Glaubt an den König der Könige! Denn Jesus Christus ist das Wort, das Fleisch geworden ist! Und Jesus ist gekommen auf diese Erde! Und Jesus ist gekommen auf diese Erde! Ist Gott als Mensch auf diese Erde gekommen! Jesus Christus! Immanuel, Gott mit uns! Glauben an den Messias! Erhärte nicht dein Herz! Deutschland, sei nicht materialistisch! Glauben, denk nicht nur an Geld! An Geld! Du brauchst die Errettung der Seele! Du brauchst die Errettung für deine Seele! Glaube an das Evangelium! Glaub an Jesus! Er ist der König der Könige! Der Herr der Herren! Halleluja! Der Löwe, der Löwe, der Juden! Halleluja! Der Eifer und das Omega! Der, der die ganzen Sünder vergeben kann! Der Menschen, die Kranz und Heil haben! Der Frieden im Herzen gibt! Der eine Stabilität in deine Seele gibt! Der, der uns die wahre Liebe schenkt! Sein Name heißt Jesus Christus! Und sein Name muss überall verkündigt werden, auf der ganzen Welt! Ich bin geboren in Südamerika! Und in ganz Südamerika wird der Name von Jesus Christus gepredigt! Für viele Jahre habe ich in Italien gepredigt! In Spanien, Portugal, Brasilien! Aber auch in Deutschland! Halleluja! Auch in Nordeuropa brauchen wir den Glauben an Jesus! Weil alles wird vergehen! Alle diese materiellen Dinge werden einen Tag vergehen! Wenn wir sterben, werden wir alles hier lassen! Deshalb brauchen wir den Glauben an den Messias! Weil die wahrheitliche Hoffnung ist, dass Jesus in der Herz zu haben! L'amore di Dio, la pace di Dio. Oggi quante persone vivono nella confusione, nella paura, nella depressione, hanno un vuoto nel cuore. Ma se tu credi nel Signore, avrai la pace, avrai la speranza, avrai la speranza, in tuo cuore sarà illuminato, e il mio corpo è enlightened. Tu credi nel Signore, riuscire questa donna, e ti credi nel Signore. Non c'è la religione, 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 non c'è la verità, Das ist die Wahrheit, der Jesus ist auf dem Jesus Christus. Es ist die Wahrheit in der Sangue, Jesus Christus. Alleluia, weill Gott, Herr der Jesus. Reden uns die Demons, Vater. Der Sangue, Jesus ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, Herr. Ich bin der Frieden, Herr. Es wird oft in der Herr. Jesus ist Gott, alleluia. Es wird ein Tag des Gerichts kommen. Bereitet euch vor Gott zu begegnen. Bereitet euch vor Buse zu tun. Ihr müsst die Sünde verlassen. Abandonando le vielle Malmache. Ihr müsst die bösen Wege verlassen. Es wird die Sünde verlassen, Herr, von diesem Popolo. Begge, liebe Freunde, wir sind hier, in einer Stadt, wo es viel von Musulmani ist. Oh, Gesù, mein Gott, was habt in Ihren Häusern? Leider, die Herzen sind weit weg von Gott. Die Herzen sind weit weg von Gott. Habt ihr den Frieden in euren Herzen? Habt ihr die Glauben an Gott? Oder glaubt ihr nur an Geld? Oder glaubt ihr nur an Geld? Oder glaubt ihr nur an Geld? Oder glaubt ihr nur an Essen und Trinken? Und woher geht eure Seele? Öffnet eure Augen, Deutschland. Öffnet eure Ohren, Deutschland. Gesù vi vuole salvare. Gesù vi vuole perdonare. Gesù vi vuole perdonare. Gesù è l'unica via che porta in cielo. Non siate duri di cuore. Verrà una fine su questo mondo. Credete alla parola di Dio. Credete alla Bibbia. Glaubt an die Bibbia. Credete in Gesù. Glaubt an Jesus. E sarete benedetti. Und ihr werdet gesegnet sein. Perché dice la Bibbia. Wenn die Bibbia sagt. Chi crede nel Figlio di Dio ha la vita. Wer an den Sohn Gottes glaubt hat das Leben. Chi non crede nel Figlio di Dio non ha la vita. Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt hat nicht das Leben. Perciò se noi seguiamo Gesù e confidiamo in Lui. Abbiamo la vita eterna. Deshalb, wenn wir Jesus folgen und ihm vertrauen, haben wir das ewige Leben. Perché Gesù è morta la croce per noi. Denn Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben. Ha dato la sua vita per noi. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Ha dato il suo amore per noi. Er hat seine Liebe für uns gegeben. Come dice, hallelujah, la Bibbia nella lettera ai Romani. Wie die Bibbia sagt im Römerbrief. Al Capitolo 5, dove l'Apostolo Paolo, ispirato da Dio, insegnò queste grandi verità. Alleluia. Wo die Bibbia sagt in Römerbrief, Capitolo 5, wo Jesus, wo Paolo die große Wahrheit von Heiligen Geist erzählt. Dice Romani 5, Römer 5 sagt, al verso 6, perché mentre eravamo ancora senza forza, denn wo wir noch ohne Kraft waren, Christo a suo tempo è morto per gli empi. Ist Christus in seine Zeit für die nichtgläubigen gestorben. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto. Leider schwer ist es, dass jemand für einen gerechten stirbt. Forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da pene. Ligi, legi. Romani 5, verso 7. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da pene. Allora, Romani 5, verso 7. Guida, c'è Padre, Spiritus Santo, guida. Nun stirbt kaum jemand für einen gerechten. Für den guten aber wagt vielleicht jemand zu sterben. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Christo è morto per noi. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sündner waren. Und wie viel mehr werden wir durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Amen. Alleluia. Perciò questa mattina noi siamo qui a parlare dell'amore di Dio. Deshalb sind wir diesen Morgen hier, um über die Liebe von Gott zu sprechen. L'amore del vero Dio. Die Liebe von den wahren Gott. Che è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Che è der Gott Abram, Isaac und Jakobs ist. Il Dio della Bibbia. Der Gott der Bibel. È il Dio di Israele. Er ist der Gott von Israele. Perché in questo mondo ci sono tanti falsi Dei. Denn leider auf dieser Welt gibt es viele falsche Götter. Ci sono false doktrini. Falsche doktrinen. Falsche religioni. Falsche religioni. Che vengono dal diavolo. Die von den Teufeln kommen. Ecco perché è importante conoscere la verità della parola di Dio. Deshalb ist es wichtig, die Wahrheit von dem Wort von Gott zu kennen. Come Gesù disse. Wie Gesù sagte. Conoscerete la verità, la verità vi farà liberi. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Perciò popolo della Germania, leggete la verità. Deshalb, Volk aus Deutschland, lest die Wahrheit. Non perdere tanto tempo su internet. Verlier nicht so viel Zeit im Internet. Su Whatsapp. Auf Whatsapp. A chattare. Um zu chatten. Non perdere tempo in conversazioni inutili. Verlier nicht deine Zeit in komische Conversationen. Non perdere tempo nei falsi piaceri di questo mondo. Verlier nicht deine Zeit in falsche Vergnügen in dieser Welt. Leggi la Bibel. Lies die Bibel. Lies die Bibel. Lies das Evangelium von Christus. Alleluia. E conoscerai il vero Dio. Und du wirst den wahren Gott kennen. Vi voglio dire, quando conosciamo il vero Dio, noi abbiamo una certezza. Und ich will euch sagen, wenn wir den wahren Gott kennen, haben wir eine Zuversicht, eine Sicherheit. Abbiamo una sicurezza incrolaibile. Wir haben eine Sicherheit, die nicht zerstören kann. Que anche se ci vogliono arrestare perché predichiamo, continuiamo a predicare. Denn auch wenn sie uns festnehmen wollen, weil wir predigen, fangen wir und machen wir weiter und predigen trotzdem. Perché ci sono alcuni paesi dove arrestano i predicatori che parlano la verità di Gesù Christus. Denn es gibt viele orte, wo die Evangelisten, wo die, wie sagt man, sie werden festgenommen, nur weil sie von Jesus sprechen. Es gibt viele orte. Arrestano quelli che parlano di Gesù. Es werden festgenommen Menschen, die über Jesus sprechen. E dicono che sono paesi all'avanguardia. Dicono che sono paesi dove c'è il progresso, la cultura. Und sie sagen, es sind orte, wo cultura ist und progress ist. Per esempio, tempo fa in Inghilterra hanno arrestato un pastore perché predicava la verità. Zum Beispiel vor ein bisschen, vor ein paar Zeiten, wurde ein Pastor verhaftet, weil er das Evangelium gepredigt hat. Perché per esempio, quel pastore a Londra ha detto che l'homosexualità è peccato. Zum Beispiel, weil der Pastor gesagt hat, in England, dass Homosexualität eine Sünde ist. Er hat die Wahrheit gesagt. E' un peccato contro la volontà di Dio. Es ist eine Sünde gegen Gott. Lo dice la Bibel. Das sagt die Bibel. E a quel pastore Und diese Pastor Lo hanno arrestato. Haben sie festgenommen. Pero non arrestano quelli che spacciano la droga. Aber leider werden nicht festgenommen die Menschen, die Drogen nehmen. Non arrestano quelli che fanno crimini. Es werden nicht festgenommen Menschen, die criminei sind. Non arrestano i malvagi. Es werden nicht festgenommen Menschen, die böse sind. Pero arrestano i predicatori del Vangelo. Aber leider werden verhaftet, die, die das Evangelium predigen. Ci sono Paesi, dove uccidono i predicatori del Vangelo. Es gibt orte, wo die Evangelisten getötet werden. Perché il Vangelo è l'unica verità. Denn das Evangelium ist die einzige Wahrheit. Alleluia. Und Satan stört die Wahrheit. Dem Satan stört, dass Jesus die Wahrheit ist und Gott ist. In questo mondo tu puoi parlare di tutto. In dieser Welt kannst du über alles reden. Tutto va bene. Alles ist gut. Puoi parlare di Sesso. Kannst du über Sexualität reden. Immoralità. Immoralität reden. Perversione. In perversen Dingen reden. Puoi parlare di Calcio. Du kannst über Fußball reden. Di belle macchina. Schöne Autos reden. Delle donne. Schöne Frauen reden. Puoi raccontare varzellette. Du kannst Späßchen machen. Ma se predichi Christo. Aber wenn du Christus predigst. Questo disturbe. Das stört. Perché il mondo vive nel male. Weil die Welt lebt im Bösen. Ma quando tu conosci Christo. Aber wenn du Christus kennst. Tu non hai paura di predicare la verità. Hast du keine Angst, über Jesus zu sprechen. Amen. Tempo fa per la gloria di Dio. Io ho predicato fuori dal Vaticano. Vor ein bisschen Zeit. Hab ich vor dem Vatikan gepredigt. E lì ho detto. Che il Vatikano è corrotto. È falso. Und da hab ich auch gepredigt. Dass der Vatikan corrupt ist und falsch ist. È pieno di idolatria. Es ist voll mit Götzendienst. Ci hanno tutte quelle statue. Quelle immagini. Che sono contro la volontà di Dio. Die sind voll mit statuen. Voll mit Sachen. Die total gegen das Wort Gottes sind. E quando predicavo la verità di Gesù Cristo fuori dal Vaticano. Trampò mi arrestavano. Und als ich die Wahrheit von Jesus Christus vor dem Vatikan gepredigt hab. Haben sie mich fast verhaftet. Sono arrivati cinque Poliziotti. E Trampò mi portavano dentro. Es sind fünf Polizisten. No, di te nommi signori. Perché predicavo la verità di Gesù Cristo. Weil ich die Wahrheit von Jesus Christus verkündigt hab. Io spero che in Germania ci sia libertà di parlare di Gesù Cristo. Ich hoffe, dass hier in Deutschland die Freiheit ist, über Jesus Christus zu sprechen. Io spero che in Germania ci sia libertà di predicar. Ich hoffe, dass hier in Deutschland Freiheit ist, zu predigen. Perché Gesù è l'unica Salvezza. Denn Jesus ist die einzige Rettung. Gesù è colui che è morto alla Croce per noi. Gesù è colui che è morto alla Croce per noi. Gesù è ero, der per noi am Kreuz gestorben è. Ha mostrato il suo amore alla Croce. Er ha seine Liebe am Kreuz gezeigt. Morendo per i peccatori. Um per i peccatori. Quando lui era sulla Croce. Als er am Kreuz war. Il Messia disse, Padre, perdonali. Non sanno quello che fanno. Tramite la morte di Cristo. Noi oggi possiamo avere vita. Durch den Wohl von Christus können wir heute Leben haben. Possiamo avere libertà. Alleluia, Christo vive. Perdon. Freiheit und Vergebung haben. Gesù guarisce. Amen. Grazie. 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 Alleluia, Salvezza. Errettung. Guarigione. Heilung. Tramite la grazia di Dio. Noi possiamo avere la salvezza. Durch die Liebe von Gott können wir die Errettung haben. Tramite la croce di Cristo. Noi possiamo avere la misericordia. Durch das Kreuz von Jesus können wir die Vergebung haben. Alleluia. Non ti dimenticare di Gesù. Deutschland, vergess, Deutschland, vergess Christus nicht, Jesus nicht. Perché lui è la via, la verità e la vita. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Forse qualche tedesco può dire, no, noi siamo tedeschi, non abbiamo bisogno di quel giudeo. Vielleicht kann jemand hier in Deutschland sagen, ah, wir sind deutsche, wir brauchen den Juden da nicht. No, noi siamo tedeschi, non abbiamo bisogno di Gesù. Ah, wir sind deutsche, wir brauchen Jesus nicht. Non siate razzisti. Seid nicht razzistisch. Non siate orgogliosi. Seid nicht stolz. Tutti abbiamo peccato. Wir alle haben gesündigt. Tutti abbiamo bisogno di Cristo. Wir alle brauchen Jesus Christus. Perché Cristo è il Re dei Rei. Denn Christus è il Re dei Rei. Denn Christus è il Re dei Rei. Lui non era semplicemente un uomo. Er war nicht nur un Mensch. Lui non era solamente un giudeo. Er war nicht nur un Jude. Lui è il Re dei Rei. Er è il Re dei Rei. Il Signore della Gloria. Der Herr der Herrlichkeit. Il Santo di Israele. Der Heilige von Israele. Amen. L'unica speranza di salvare. Amen. Die einzige Hoffnung der Errettung. L'unico che perdone i peccati. Der einzige, der die Sünden vergibt. L'unico che ci dà il perdon. Der einzige, der uns die Vergebung gibt. È Gesù Cristo. È Gesù Cristo. Il perdono non te lo può dare un uomo. Die Vergebung kann dir nicht ein Mensch geben. Un prete. Ein Christa geben. Un sacerdote. Ein sacerdote geben. Nemmeno un pastore. Auch kein pastor kann dir die Vergebung geben. Ma il perdono viene solo da Gesù Cristo. Aber die Vergebung kommt nur durch Jesus Christus. Il perdono dei peccati non te lo può dare Buddha. Die Vergebung deiner Sünden kann dir Buddha nicht geben. Neanche Maometto. Auch nicht Mohammed kann dir das geben. Nessuna religione. Keine religion kann dir das geben. Nessuna Chiesa. Keine Kirche kann dir das geben. Die può dare il perdono. Nur Jesus kann dir das geben. Und er hat sich alle unsere Sünden genommen. Ecco perché Giovanni Battista disse. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Deshalb hat Johannes der Täufer gesagt. Schaut mal, das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt hinweg nimmt. Solo il sacrificio di Cristo può cancellare il peccato. Nur das, was Jesus am Kreuz getan hat, kann deine Sünden wegtun und eliminieren. Solo il sangue di Cristo può togliere il peccato. Nur das Blut, Jesus Christus, kann deine Sünden vergeben. Però gli esseri umani si devono pentire. Aber die Menschheit muss Buße tun. Gesù disse. Rappetetevi, pentitevi, perché il regno di Dio è vicino. Jesus hat gesagt, tut Buße und kehrt wieder um, denn das Reich Gottes ist nahe. Amen.